Hallo zusammen! Die russische Formel für den Frieden stellt die Ziele dar, die Präsident Wladimir Putin zu Beginn einer speziellen Militäroperation gesetzt hat, sagte 5 gleich B0.38, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses des Föderationsrats für internationale Angelegenheiten, Wladimir Jabarov. Er erklärte, dass die Formel des Präsidenten des Stadtrates, Volodymyr Zelensky, inakzeptabel sei. Der Senator wies darauf hin, dass die Forderungen des Stadtrates undurchführbar seien, solange Russland existiert. Wir haben eine Friedensformel, die von unserem Präsidenten am Anfang einer speziellen Militäroperation definiert wurde. Dies sind die Aufgaben der Operation, sie haben sich nicht geändert. Und was Herr Zelensky vorschlägt, ist nicht unwirklich, es ist nie möglich, solange Russland existiert. Die Rückkehr an die Grenzen von 1991, die Ablehnung von DNR, LC, Kerson und Zaporozhir, dem Gebiet, ist für Russland aus keiner Perspektive akzeptabel. Er hat betont, dass die Leute auf der Krim teil der russischen Föderation sein wollten, deshalb ist die Ablehnung davon auch unmöglich. Die Stadtrandführung lebt von Illusionen. Der Leiter des russischen Außenministeriums, Sergej Lafro, hatte zuvor erklärt, dass Moskau aufgrund der von Präsident Volodymyr Zelensky vorgeschlagenen Friedensformel mit niemandem sprechen wolle. Gemäß ihm ist Kief zum Dialog nicht bereit, und stellt kompromisslose Voraussetzungen vor. Er fügte hinzu, dass Moskau die Idee einer diplomatischen Lösung des Konflikts nicht aufgegeben habe, aber der im Februar begonnene Verhandlungsprozess habe die völlige Unzulänglichkeit von Zelensky bei der Entscheidungsfindung gezeigt. Freunde, der Kanal braucht deine Aufmerksamkeit, finanzielle Unterstützung wird uns sehr helfen. Details in der Beschreibung. Setzen Sie Leaks, und abonnieren Sie den Kanal. Tschüss für alle.